So und Batschi-Lessig, es gibt neue Gmx und Pile Media Guide. Los geht's! Jetzt erklärt euch mal, wie ich die verschiedenen Geräte baue. So, als erstes mal brauchen wir Schere, Papier. Dann brauchen wir einmal so einen etwas dickeren Tesa und doppelseitiges Klebeband. Dann brauchen wir eine Säge und einmal Pappelholz. Dann brauchen wir noch einen normalen Tesa. Dann noch einen Stift. So, als erstes nehmt ihr den Stift und macht da eure Form drauf. Dann sägt ihr die aus. Dann geht ihr her, nehmt das hier, nehmt da euer Holz, macht das als Vorlage und macht dann da so Tasten mit dem Stift drauf. Dann mal die Tasten da drauf. Und dann nehmt ihr das Klebeband hier und macht das drüber. Dann geht's nämlich, dann wirkt's nämlich ein bisschen so wie ein richtiger Touchscreen. Und es wirkt realer und ist sicherer, dass das nicht so dreckig wird. Ja, und dann braucht ihr noch das doppelseitige Klebeband. Ihr braucht so doppelseitige Klebeband dafür, dass ihr dann quasi diese Fläche hier nehmen könnt, das da unten drauf machen könnt. Dann auf euer ausgesägtes Holzbrett. Dann könnt ihr noch eine Kamera aus dem Papier ausschneiden, die ihr draufzeichnet. Und dann könnt ihr euch solche Geräte bauen. So, und jetzt noch zu den aktuellen Geräten von den BUM. Fangen wir mal mit dem speziellsten Gerät an. Noch ziemlich neu. Das P-Media GMX Clab. Das ist ein faltbares Smartphone, aber nicht so Tablet-arschig. Tablet-Handy wird zu Tablet, sondern keine Ahnung, was wird zu Handy. Also aufgeklappt ist es so, ihr könnt es nicht ganz so aufklappen. Aber ihr könnt es so aufklappen. Das ist auch sehr cool, wie ich finde. Dann haben wir hier außen noch so ein Bildschirm für kurz WhatsApp anschauen und so. Und die Kamera. So könnt ihr auch so vloggen oder Selfies machen oder so. Und das ist das Gerät hier. Kommen wir jetzt mal zum nächsten. Das ist das nächstgünstigere. Das ist das GMX 11. GMX sollt euch eigentlich allen bekannt sein. Die Versionsnummern habe ich ziemlich viele Anboxingsfröhung zugemacht. Das ist ganz einfach die speziellste, beste Version. Sieht eigentlich genauso aus wie ein Vorgänger auch, aber ist egal. Dann gibt es noch die günstigste Version. Also kosten tut es ja gar nichts, weil ihr müsst halt jetzt zahlen, für was ihr es bauen wollt. Und das ist hier dann noch die einfachste Version. Weil beim GMX 11 ist noch so eine Pappschicht drunter. Da müsste die Pappe dann auch für richtig ausschneiden. Und hier ist dann noch so Holz. Da ist ein Papier für Kamera und da ist ein Bildschirm. Das ist das Einfachste. So sieht das aus. So, das war es jetzt mit diesem Video. Und kosten, ihr könnt gerne kostenlos abonnieren und liken. Tschüss.